So, so, so Leute, pass auf, jetzt, 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 wir sind voll durcheinander. Die Bianca hat jetzt gerade gesagt, sie geht duschen und auf diesen Moment warte ich einfach schon seit ein paar Tagen. Wenn sie nämlich jetzt pranken in der Dusche, dann habe ich in Amerika schon mal gesehen und zwar heißt das Shower Prank. Ich hoffe, sie wäscht jetzt einfach die Haare, ich werde mich verhindern und immer, wenn sie sich die Haare wäscht und abwäscht, das Shampoo werde ich in neues oben draufkippen, versteht ihr, dass sie dann so denken, hä, oder, keine Ahnung, ich werde jetzt live unter der Dusche pranken und dafür habe ich mir jetzt so eine kleine Kamera genommen. Werde jetzt hier irgendwo hinter den Piloten verstecken oder so. Ich habe gesagt, ich gehe vorhin nur mal kurz auf die Toilette. Oh, das sieht aber voll öffnlich aus. Ich voll Idiot, hab vergessen, die Kamera zu laden, auf jeden Fall, wenn die nicht funktioniert, jetzt muss ich doch mein Handy nehmen. Okay, sie ist jetzt sehr sekundar reingegangen. Ich habe mich hier mit dem Shampoo bewaffnet. Wie lange braucht ihr denn so ein Mädchen, um sich die Haare zu waschen? Verschätzt ja so. Ich habe euch jetzt reingegangen. Okay. Okay. Sollte Untertitelung. BR 2018 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 Boah ey, ohne Scheiß, willst du uns verarfen? Ich hab immer so gemacht, ich hab immer so gemacht, ich hab immer so gemacht, ich hab immer so über den Kopf oder wie das gesagt. Das ist ein Frank. Ja, danke du Arsch. Untertitel, Duschen, du hast ja nicht mehr alles. Vorsicht, jetzt gehen wir irgendwie. Ich habe es geschafft. Freunde, ich hab's geschafft. Das war der bescheuerste Franky Greenhouse gemacht. Ja, aber was kann ich dafür, wenn du nicht cool reagierst? Wie beschreut bin ich eigentlich, dass ich nicht gemerkt habe, dass du in die ganze Zeit nur meine Duschkabine brauchst? Ich bin ja nicht reingekommen, ich hab nur meine Arme mal drüber gehalten. Ich schwöre, ich hab nichts gerechnet. So, jetzt wasch dir mal deine Haare und dann... Wie geil war das denn, bitte? Sie hat's einfach gar nicht gepeilt. Okay, es war jetzt nicht mehr wirklich ein Prank, ne? Aber... Ja, doch. Er hat ja immer weiter... Scheiße! Hab ich mich erwischen lassen, ich Vollidiot! Ich fand's mega lustig. Und ich hoffe, man hat mich überhaupt erkannt. Aber es hat funktioniert. Es hat zwar nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es hat funktioniert. Hat die mich geprankt? Kein Problem. Sechs Tage später pranke ich sie zurück. Und jetzt Bibis Prank-Video. Sie hat mich nämlich geprankt und mitten in der Nacht gesagt, ich bin schwanger, alles klar. Sie ist schwanger. Das verlinke ich euch jetzt auf jeden Fall hier. Und mein letztes Prank-Video, wo ich ungefähr 10 Pranks an der Bibi durchgeführt habe, verlinke ich euch auch hier, der Übershit. Also, äh, Prank geht jetzt weiter. Wenn ihr Bock habt, dass ich weitere Pranks drehe, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!